Wir haben vorhin vom schnellsten Tamagotchi der Welt oder beziehungsweise was ich je gefahren bin gesprochen. Was meinen wir damit? Da vorne ist unser kleiner Tamagotchi oder auch Nomi genannt im Nio. Mit tatsächlich fast 2400 Kilogramm hintendran an E-Auto. Sehr, sehr groß, sehr massiv und tatsächlich mit 653 PS auch das schnellste Tamagotchi, was ich in meinem Leben bis jetzt je gesehen habe. Hey Nomi! Hallo! Aktiviere bitte den Massagesitz auf der Fahrerseite. Kein Problem! Und da ist er schon. Sehr, sehr angenehm, der Massagesitz. Nomi reagiert gerade sehr, sehr gut. Ist leider nicht immer so. Ist ein bisschen knifflig. Ist eine Sache, die mir nicht ganz so gut gefällt. Manchmal hat Nomi Lust, manchmal hat Nomi nicht so sehr Lust. Ist sonst aber tatsächlich eine sehr niedliche Anschaffung und reagiert auch auf Musik, zum Beispiel mit unterschiedlichen Tanzanimationen. Hier sieht man tatsächlich auch den chinesischen Einfluss. Sonst sehr europäisches, sehr ähnliches Design von innen. Hier der chinesische Einfluss mit ein bisschen Spielerei. Manch einer mag es, manch einer mag es nicht. Ich persönlich finde es ganz niedlich, manchmal aber anstrengend. So ist es gestrengt. So ist dies wehr permanent. So ist alles gestrengt. So ist es dort weiter.